Am helllichten Tag geschieht mitten in London ein toll dreister Überfall. Achtung, hier spricht Edgar Wallace. Es geht um das Geheimnis der Weißen Nonne. Sind die Schwestern alle Engländerinnen? Oh nein, sie kommen aus der ganzen Welt, aus allen Schichten der Bevölkerung. In diesem Schloss gibt es tödliche Geheimnisse. Ist die Trauer der Leidtragenden echt? Chefinspektor Coopersmith erlebt tolle Überraschungen. Ein neuer Höhepunkt der berühmten Edgar Wallace-Serie. Das Geheimnis der Weißen Nonne stellt Scotland Yard vor eine schwere Aufgabe. Ein brillanter Thriller mit Weltstar-Besetzung. Welch Wunder der Technik. Einer so charmanten Frau kann man doch nicht die Polizei auf den Hals setzen. Chefinspektor Coopersmith bemüht sich in solchen Fällen am liebsten selbst. Naja, sehr interessant, sehr interessant, aber das ist ja schließlich keine strafbare Handlung, nicht wahr? Es ist soweit. Kennt Sie das Geheimnis, das wie ein Alpdruck auf allen Menschen lastet? Verdammte Weiber! Du und diese verfluchten Ember den Weiber! Es wird sich für uns alle lohnen. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Welche Rolle spielt dieser Mann? Ein riesiges Polizeiaufgebot jagt ein Phantom. Aber immer kommt man zu spät. Haben Ihre Männer irgendwas Verdächtiges gefunden? Nein. Nein, nichts. Das hatte ich auch nicht erwartet. Ich gratuliere Ihnen. Und die eiserne Disziplin hier ist sehr vertrauenswürdig. Die Arbeit unserer Schwestern ist nicht leicht? Um ihm zu helfen, setzt ein junges Mädchen sein Leben aufs Spiel. Wer steckt dahinter? Ein Mann oder eine Frau? Manchmal habe ich Sehnsucht danach, mich als Frau zu fühlen. Auch Sie fühlen sich sehr weiblich an. Ich bin versucht, es zu glauben. Ein genialer Verbrecher kennt keine Grenzen. Ich frage Sie, sieht das nach einem Werk von Nonnen aus? Nein, Sir, aber angenommen, die Nonnen sind gar keine Nonnen. Und die Toten sind nicht tot. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Ein Film voll atemberaubender Spannung. Wer steckt unter dieser Maske? Ein echter Edgar Wallace-Film. Das Geheimnis der Weißen Nonne gibt Ihnen tausend Rätsel auf. Sie sind wirklich ein hübscher Leichennamen. Selbst als Leiche muss man noch etwas Stil zeigen. Eine harte Nuss. Fürs Kotlernjahr.